moin leute was geht es wird euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie umsonst eure waffen stufe verbessern könnt und zwar müsst ihr hier als allererstes einmal strom einschalten und wenn ihr das gemacht habt geht ihr zurück zum spawn und auf diesem dach wird sich jetzt nun ein stück papier befinden und zwar genau hier wenn ihr das aufhält müsst ihr fünf ziele abschießen die ziele sind immer an der gleichen stelle also schaut euch das video genau an weil ihr habt nicht lange zeit ihr müsst das ganz schnell machen das zweite ziel ist hier unten das dritte ziel ist hier rechts das vierte ziel ist hier am fenster gegenüber und das fünfte ziel ist hier bei der lilanen schrift ich würde euch empfehlen nimmt eine waffe mit zielfernrohr damit das leichter macht und wenn ihr alle fünf ziele abgeschossen habt dann kriegt ihr das äther werkzeug und wenn ihr das dann auf die gewünschte waffe drauf packt dann habt ihr eine waffen stufe besser so das was dann mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten ciao bis zum nächsten stream oder zum nächsten video